Herzlich Willkommen zur Einführung in das Thema Differenzialrechnung. Das ist Michael. Er ist ein junger Unternehmer. Vor einiger Zeit hat er sich dafür entschieden, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Dieses trägt den Namen Durchblick GmbH und ist spezialisiert auf die Herstellung und den Vertrieb von Fenstern. Michael möchte Leiter einer erfolgreichen Firma werden. Daher ist es sein Ziel, seinen Gewinn zu maximieren. Als erstes verschafft er sich einen Überblick über seine Kosten. Es ergeben sich einerseits Fixkosten für die Gebäudemiete, Maschinen und Mitarbeiter in Höhe von 16.000 Euro. Dazu hat er Stückkosten pro Fenster von 200 Euro, die sich aus Material- und Produktionskosten zusammensetzen. Eine Kostenfunktion setzt sich grundsätzlich aus den fixen und den variablen Stückkosten zusammen. Die Stückkosten werden mit der Anzahl der verkauften Produkte multipliziert. Die Fixkosten werden darauf addiert. Dementsprechend ergibt sich eine Kostenfunktion der Form f von x ist gleich m mal x plus b. Wenn nun für m die Stückkosten und für b die Fixkosten eingesetzt werden, ergibt sich die Kostenfunktion für Michaels Fensterproduktion. x beschreibt in diesem Fall die Anzahl der produzierten Fenster. Diese Funktion lässt sich nun auch zeichnen. Es ergibt sich ein Graph mit konstanter Steigung. Das heißt, die Kosten pro einzelnen Fenster sind immer gleich. An diesem Graphen lässt sich jetzt die Kosten für bspw. 20 oder 100 verkauften Fenstern ablesen. Der nächste Schritt ist es, eine Preisabsatzfunktion zu bilden. Diese beschreibt, welcher Preis für ein Fenster verlangt werden kann. Er richtet sich nach der vorauszusehenden Absatzmenge. Das heißt, nach der Nachfrage. Michael bemerkt durch Nachforschungen, dass der Einzelpreis eines Fensters mit wachsender Nachfrage immer kleiner wird. Es ergibt sich eine Preisabsatzfunktion der Form p von x ist gleich 500 minus 0,5x. Wenn man diese nun nach x umformt, lässt sich die Umkehrfunktion bilden. Diese beschreibt, wie der Preis die verkaufte Menge beeinflusst. Es gibt also zwei Möglichkeiten, das Verhältnis zwischen Preis und verkaufter Menge darzustellen. Im folgenden werden wir uns auf die Funktion p von x fokussieren. Der Verlauf des Preises in Abhängigkeit der Menge lässt sich noch einmal an dieser Funktion verdeutlichen. Der Preis, der für ein einzelnes Fenster verlangt werden kann, ist nun ermittelt. Aus dieser Preisabsatzfunktion lässt sich jetzt eine Erlös- bzw. Umsatzfunktion bilden. Denn der Erlös ist der Einzelpreis mal die verkaufte Menge. Dementsprechend wird die Funktion p von x mit x multipliziert. Aus dieser Berechnung ergibt sich die Funktion der Form e von x ist gleich minus 0,5x² plus 500x. Diese Funktion lässt sich genau wie die Kostenfunktion in einem Koordinatensystem darstellen. Es ergibt sich ein Graph mit nicht konstanter Steigung. Es handelt sich hierbei um eine Parabel, die nach unten geöffnet ist. Mit dieser Erlös-Funktion beschäftigen wir uns jetzt noch ein bisschen mehr. Es gibt zwei Steigungen, die in Bezug auf den Graphen bestimmt werden können. Die Sekanten- und die Tangentensteigung. Schauen wir uns zunächst die Sekantensteigung an. Sie ist die Steigung einer Geraden durch zwei Punkte auf einer Kurve. Die Gerade sieht dann folgendermaßen aus. Im übertragenen Sinne wird hierdurch die durchschnittliche Steigung des Graphen in einem bestimmten Zeitraum bzw. Bereich dargestellt. Diese Steigung lässt sich mit folgender Form bestimmen. Für die Berechnung müssen einfach nur die jeweiligen Koordinaten der beiden Schnittpunkte in die Formel eingesetzt werden. Eine positive Sekantensteigung sagt aus, dass die Veränderung der Verkaufmengen sich positiv auf den Erlös auswirkt. In unserem Fall erhöht sich also der Umsatz, wenn wir den Verkauf von 210 auf 450 Einheiten erhöhen. Die Tangentensteigung ist hingegen die spezifische Steigung des Graphen in einem festgelegten Punkt der Kurve. Nehmen wir beispielsweise nochmal unsere Erlös-Funktion. Jetzt wollen wir die Steigung an diesem Punkt bestimmen. Es soll die Steigung der angelegten Tangente bestimmt werden. Dafür zeichnen wir erstmal die Tangente. Eine Tangente schneidet die Parabel in einem einzigen Punkt. Dieser Punkt wird dementsprechend Berührungspunkt genannt. Das genaue Zeichnen einer Tangente per Hand ist beinahe unmöglich und man bekommt nie die exakte Steigung des Graphen in einem bestimmten Punkt. Auf diese Weise lässt sich die Steigung in einem Punkt zumindest näherungsweise ermitteln. Wir brauchen also noch eine neue, genauere Methode. In dieser Hinsicht kommt das Thema Ableitungen ins Gespräch. Damit befassen wir uns allerdings erst im nächsten Video. In diesem Kapitel konnte Michael die Kostenfunktion für seine Fensterproduktion ermitteln. Des Weiteren konnte er eine Preisabsatzfunktion bestimmen. Mit Hilfe dieser ergab sich dann noch eine Erlös-Funktion für den Verkauf seiner Fenster. Anhand dieses Graphen lernte er die Begriffe Sekanten- und Tangentensteigerung kennen. Wie er sein Gewinnmaximum rechnen kann, wird im Laufe der nächsten Videos beschrieben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.